Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Reusen-Astronaut. Ich kann zwar kein holländisch, aber wahrscheinlich heißt Reusen groß, also große Astronauten. Ja, sieht recht gut aus in B-Böllerform und wir werden jetzt getestet. Ich finde sie nicht so besonders jetzt. Kann man höchstens in Masse zünden. So, gleich nochmal drei Stück. So, und jetzt ein Böllerkreis aus diesen Reusen-Astronauten. Ja, und genau für diese Verwendung sind diese Böller bestimmt. Einzelentzünden lohnt sich wirklich nicht. Ansonsten, ja, ein ganz normaler Standard-Böller eben. Jau! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017